Einen wunderschönen guten Tag, weiter jetzt mit den Dino Survivors. Lasst uns diese Map erfolgreich abschließen, die 1000 Gold, die wir heute schon haben, mit denen... ...und stark wäre natürlich... ...die Flo-Glaner-Fahrzeuge. Ich hatte 50 Heals, wobei ich nicht weiß... ...was was wir hat. Hm. Und um... ...krieg ich wohl auf Max-Level, wenn das weitergeht. Ich dachte, da ist es. Ist ja natürlich mega stark. ... 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 Gegen den linken Anliegner. Rapid Fire... ...die ich jetzt ein Netwind-Buster wäre. Jetzt sehe ich diese kleinen Kistchen hier. Das läppert sich aber auch. Was das Geld angeht. Und noch mal gucken, leider. Ja, endlich. Steep-Logun. Ich denke, es gibt eine Stufe 2 davon. Stufe 2 davon. Stufe 2 davon ist ok. Daher ist es. Aber die 2 K werden echt knapp. Gut work. Gute altes Bild. Ich hab hier damals Westling geguckt. Schreibt's mir in die Kommentare. Boah, 500 Kilometer. Okay. Hält? Ja, ein bisschen. Das Ding ist, ich bin nicht grad stark aktuell, ne? Also der Endos wird ne Challenge. Ich nimm nicht ne Magnetkrieger, aber wir haben bestimmt Fehler genommen auf der Karte. Sehr gut, pass an. Dann reicht's mir 800 Mal noch nicht. Neuerzeit anhalten ist gut. Ich hab das einzusammeln. Das Rad. Ja, komm. Dann haben wir die Skills voll. Oh, da sind wir noch mehr T-Rex. Wo ist denn da hin? Okay, darn. Ach. Blow, 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 blow. Nein. Very slow. Let's see. Und nochmal. Perfekt. Das war gut. 4. 4 Level. 4 Level. 4 Level, die auch alle einen Blower haben. Anklappen. Muss auch nicht klappen. Sehr gut, Magnet. Ich feier mit. Hahaha. Oh, da ist sie. Let's. Let's blow. Waffe schaden kann ich schaden. Da wird schon Feuer auch. Und auch. Blower. Schade. Auf 5. Bei Level 2 ist eher, hm. Unwahrscheinlich. Sagen wir mal so. Ah, der hier könnte noch Curry. Oh, da steht's für rum. Zack. Unwahrscheinlich. Sehr gut. Hab zwar Level, aber... keine Worte, die ich gebraucht habe. Etwas ehrlich. Etwas ehrlich. Mit 2000 Volt, also sind wir... ...kilometer weit entfernt. Das ist der Zeitplan, Alter. Das ist der Zeitplan, Alter. Geht mal Level 7. Kein Level noch. Da ist irgendwie doch hin. ...und wir noch einen XP-Berg finden. Da ist noch eine XP. Schon. Jetzt kommt's Gold. Jetzt kommt's Gold. Jetzt kommt's Gold. Jetzt kommt's Gold. Yes! Wir haben sie auf 8. ...und wir müssen die Waffe freigeschaltet haben. Das ist der 1. Also beim ersten Mal darf der 1000 Volos sein. Ganz klar, hätten wir noch die 2000 Gold. Daumen drücken. Daumen drücken. 1000 Gold, perfekt. Und wir haben die Diagonal-Blogger. Die testen wir dann in der nächsten Runde. Zusammen mit dem... Monkey Tribe, der... Nicht dein Ernst, oder? Wirft nicht ernsthaft mit Kacke. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.